Ist eine Baufinanzierung ohne Eigenkapitaleinsatz im Jahr 2023 möglich? Diese Frage bekomme ich sehr, sehr häufig von meinen Kunden gestellt. Die Antwort ist ja. Einige bestimmte Banken finanzieren euch auch ohne Eigenkapitaleinsatz. Nur das Ganze ist wirklich nicht empfehlenswert. Unter folgenden Voraussetzungen funktioniert das Ganze. Zum einen, eure monatlichen Einnahmen übersteigen eure monatlichen Ausgaben deutlich. Ihr habt also eine positive Haushaltsrechnung. Ihr habt keine privaten Verbindlichkeiten. Ratenkredite, Leasingverträge, 0% Finanzierung. Einfach keine Konsumschulden. Ein Bonus? Kein Muss? Vielleicht habt ihr ja Eigenkapital angespart, möchtet dieses Kapital nicht in die Finanzierung einbringen, damit ihr immer noch einen Sicherheitspuffer habt auf der Seite, falls irgendetwas passiert, irgendeine Reparatur am Haus anfällt. Eine Finanzierung ohne Eigenkapital ist mit deutlich höheren Zinskosten verbunden. Wir liegen hier deutlich über 4%. Vergehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe